So, wieder Subtraktion und wir suchen den Hauptnenner, also irgendwas, ja, wie kriegen wir das hier zusammen? Und man sollte unbedingt, wenn man sowas sieht, an den häufigsten Trick denken und das ist der Ausklammertrick. Also y²-y ist einfach y mal y-1, ja, wenn ich hier das wieder rechne, y mal y ist y², y minus y ist y, wunderbar. Das tun wir. Also wir haben hier y durch y plus 1 minus, hier y plus 1 mal y minus 1 durch und da unten eben y mal y minus 1. Okay, jetzt müssen wir dennoch, ja, hilft nichts, wir müssen erweitern, wir müssen das hier erweitern mit y plus 1, so. y plus 1 und wir müssen an der anderen Stelle, ich kann hier Platz schaffen, genau. Und hier müssen wir erweitern mit y minus 1 und mit y, ist gleich, y mal y minus 1. So, aber jetzt habe ich den Hauptnenner. Jetzt geht es weiter, ist gleich. Also riesiger langer Bruchstrich. Und dann habe ich im Zähler ein y, ich habe hier noch unbedingt die Klammer setzen, ja, dass man nicht durcheinander kommt. Gut, also im Zähler habe ich ein, die zwei kann ich zusammenfassen. Es ist ja so, 3 mal 4 mal 2 ist 2 mal 4 mal 3, da kann man das Kommutativgesetz, das kann man irgendwie hin und her drängen. Und deswegen kann ich die zwei y zusammenfassen zu einem y Quadrat mal y minus 1 minus, und hier habe ich y plus 1 Quadrat mal y minus 1. Und da unten habe ich ein y mal y minus 1 mal y plus 1. So, da steht noch irgendwelches Zeug, das weg muss. Platz schaffen. Gut, Platz haben wir. Normalerweise würde ich jetzt beginnen, hier so auszumultiplizieren und hoffen, dass es besser wird. Aber ich habe jetzt hier zurück, ich habe eine bessere Idee, dieses y minus 1 steckt hier drin und hier drin und hier drin. Das will ich kürzen, also kürzen geht jetzt noch nicht, weil hier ein Minus ist, aber ich kann es erst ausklammern und dann kann ich es kürzen. Das geht. Also, dieses erst ausklammern, dann kürzen Konzept. Ich schreibe hier ein y minus 1, große Klammer, und dann habe ich hier ein y Quadrat minus y plus 1 Quadrat. So, unten y mal y minus 1 mal y plus 1, so ein bisschen Kontrolle. Dieser ganze y minus 1 Batzen mal y Quadrat gibt das hier und mal die Klammer gibt das, passt. Und jetzt kann ich eben die, also das und das kürzen, ist schon mal schöner. und das ist ein riesiges Ding, ich brauche noch mehr Platz, so. Gut. Ich mache im Zähler, also unten habe ich nur noch y mal y plus 1. Im Zähler rechne ich das Binom aus y Quadrat minus, also ich mache hier so, ich denke hier so eine Klammer und mache in Ruhe das Binom. Und schauen, ob es schöner wird. So, y Quadrat plus 2y plus 1 Quadrat, also plus 1. Wichtig ist die lila Klammer, weil ich ja hier ein Minus habe und das bringt alles durcheinander. Gut, und dann kann ich die lila Klammer, jetzt, die kriege ich jetzt in den Griff, vor der fürchte ich mich nicht mehr. y mal y plus 1, dann habe ich hier y Quadrat minus y Quadrat, Minus vor der Klammer dreht alles um, Minus 2y minus 1. 1 Quadrat ist 1, lassen wir weg. Also das war jetzt so diese Aktion, so Minus vor der Klammer, das ändert alle Vorzeichen. und dann sehe ich, dass diese Quadrate wegfallen. y Quadrat minus y Quadrat fällt weg und das war es aber jetzt auch. Mehr, nee, mehr, mehr merke ich, mehr gibt es hier nicht. y mal y plus 1 und oben minus 2y minus 1 und Ende, ich kann nichts mehr ausklammern, nichts mehr kürzen. y'all y